Gleich drei Rechtsanwälte und ein Steuerberater stehen Ihnen in der Düsseldorfer Kanzlei HSHB zur Seite. Nämlich die Fachanwälte Hindal, Sternemann, Horn und Steuerberater Bock. Zu den Schwerpunkten der drei Rechtsexperten zählen Wirtschaftsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Bank- und Kapitalrecht. Aber auch auf dem Gebiet des Arbeits- und Immobilienrechts sowie im Bereich des Erb- und Testamentrechts werden Sie professionell beraten. Darüber hinaus ist Rechtsanwalt Hindal als Wirtschaftsmediator tätig. Steuerberater Dr. Bock wiederum unterstützt Unternehmen und Privatpersonen in den verschiedensten steuerrelevanten Belangen. Kanzlei HSHB – ein Experten-Team, das Sie stets bestens betreut.